Ja, bei Pinarello, da habe ich ein Dogma gefunden. Dogma, das ist das High-End-Arbeitsgerät auch einiger Radprofis. Und hier ein besonderes Exemplar, das ist nämlich ausgestattet mit der neuen elektronischen Campagnolo Super-Rekord-Schaltung, genannt Campi Tech Lab. Also, auch da macht der Vortrieb der Innovationen nicht Halt. Ausgestattet ist das Fahrrad mit den Komponenten aus dem eigenen Haus. Ein Vorbau und Lenker aus dem Hause Pinarello, die Hausmarke Most. Auch dieser Sattel ist montiert. Die Onda Fork, also die Gabel von Pinarello, ist auch verbaut. Die finden wir auch schon seit vielen Jahren auf diesem Klassiker. Zu erwähnen ist neben der Campi Tech Lab auch das asymmetrische Design. Der Kettenstreben, der Sitzstreben, also auch da hat man sich sehr viele Gedanken gemacht. Und die Profis, die dieses Gerät fahren, die wissen es Fausto Pinarello auch zu danken. Also, ein tolles Fahrrad mit kleinen Details, wie beispielsweise einem Zündschlüssel für die elektronische Schaltung. Also, auch da hat man sich einiges an Gedanken gemacht und wir werden mal sehen, ob sich dieses Produkt am Markt etablieren wird. Musik